Moin Moin und herzlich willkommen wieder zu Wolfenstein und ja, im letzten Part habe ich es zwar nicht geschafft beide Funkturme zu zerlegen, aber immerhin wissen wir, dass hier der nächste ist. Übrigens, da vorne ist der Funkturm, wo wir auch noch eine Mission haben und ich da beim Beginn dieses Partes auszusehen reingelaufen bin und ja. Aber, das ist eine andere Sache, da gehen wir dann demnächst nochmal richtig rein. Ja genau, ne? Hier. Au, 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 aah. Aah, aah. Hallo, Leute, nein, au. Aah. Hilfe. Was ist hier los? Terror. Aah. 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 Okay, gut, gut. Ähm, erstmal Pausen. 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 Ah, Hilfe. Was war das? Ja, hier kommt irgendwie eine Grenade. Grenade. Junge. So. Äh. Ich geh jetzt, dass wir hier rauf und erledige ich hier. den Turm. Oh, cool. Gold. Ah, noch ein Dokument. Sehen Sie mal. Hier gibt es jetzt ein Dokument. Schäfert machen wir damit. Oh, wir sollen sein. Und. Oh. Yeah, baby. Bäh. Gibt nochmal 500 Tacken. Sowie. Da haben wir auch dieses Teil zerstört. Soweit. 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 Das ist ja witzlos. Gut. Vielleicht finden wir hier noch was. Könnt ihr seit Dir. Hüpf doch mal. Hey. wäre ja fast weggegangen hallo ich möchte hier raus ich bin gefangener die deutschen haben mich gefangen genommen ich bin ja überlegen ob ich hier noch erstmal weitergehe oder jetzt schnell ne Funkturm mache obwohl ich schon alles auch relativ wahrscheinlich würde ich das in diesem Part auch nicht mehr hinkriegen den Funkturm zu machen ich muss gucken ob da was ist, nein weil versteckte Sachen werden ja rot leuchtend angezeigt ich gucke jetzt hier einfach noch nach Gold und Dokumente wenn ich nichts finde und auch wenn ich was erfinde werde ich dann direkt danach dann in den Funkturm gehen und soweit Spiel ein bisschen Speicherpunkt ist dann sehen wir uns dann beim nächsten Part würde ich sagen ach geil ich hab gerade den Part begonnen und rede schon über den nächsten Part so wo geht's hier ne hier geht's nicht ok dann wenn ich mir das noch sparen kann dann können wir jetzt eigentlich theoretisch hier mal gucken was was gibt's denn hier waren wir hier nicht eben schon wo geht's denn wo geht's denn ah und wir haben doch noch was gefunden ja ne man sollte niemals ne finde ich auch ich wollte dir was sagen aber egal so pisst schon er passt schon wo ist denn jetzt hier der Eingang zum Funkturm so nachdem wir die Mini-Funktur überstelegt haben geht's das in den richtigen Funkturm so hier ist der Funkturm aber vorher guck ich doch noch mal hier nach was ich mir auch wieder sparen lassen hätte können müssen und so ach ja warum krieg ich denn wenn ich krieg dann krieg ich so viel mhm gerade wenn ich denke dass ich nicht kriege und dann so einen auf äh schleichomatischer Mensch mache schleichomatisch auch geil ne wir gehen durch die Tür und starten noch mal hier vor der Tür das ist auch sehr toll so gelangen sie zum Dach äh gibt's ja ach du scheiße ne Leute ne fangt ja gut dass hinter mir auch einer stand diesen Tod ach was wäre ich jetzt nicht so ganz drauf gekommen ähm aber gut dass du es mir sagst dann ähm bald ich bescheid so ist so die augen wieder zugemacht hier die waffen zu tun au au im Moment 1 von 4 wird es hier wohl noch 3 gibt geil so ticken hätt ich jetzt auch gerne schön durch die Stadtbretter damit ja was wollt ihr denn von mir ja 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 genau da wo ich mich verstecken wollte war noch so ein scheiß Prozent so einer die wollte kein Tee trinken so viel steht fest in Deckung Rückzug sofort wuuhh wuuhh Moment hol ich mir gleich au überleben Nein, nein! Da kommt sie! Da kommt sie! Wow! Junge, reden doch! Ich will nicht mehr! Halt! Oh, jemand hier runter! Aaaaaah! Oh, sind die die ganzen... Nein, wo kommen die ganz näher? Immer genau da, wo man gerade sie verstecken will. Hier ist echt ne Menge los. Okay, hier scheinen wohl wieder so ne Art... Ja, Macht-Neutralisierungs-Ding zu sein. Ihr wisst, was ich meine. Oh, komm, warte! Aua! Das ist so ein Schmerz. So, hier geht's rein. Aber einfach, wenn ich hier... ...diese Maschine zerstören. Danke. Ich hab's bestimmt noch Krieg, ne, oder? Ich hab' genau, ganz... Ich hab' genau, ganz... Achtung! Fessler-Gewehr! Fessler-Gewehr! So... Der Spezialtyp wieder... So dicht! Und die stoppe ich mir auf! Fessler-Gewehr! 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 habe ich habe das gefühl ich werde irgendwie beobachtet weil ich meine also ich habe ja immer noch ein kaputtes headset dementsprechend höre ich immer noch nichts über die ohrmuschel an jetzt da herr und das würde ich noch mal so ankündigen höre ich nicht wenige leute im spiel reden mit mir und es könnte passieren dass ich jetzt hier irgendwo einen typen vergesse der redet aber ich nicht weiß dass da einer ist kann passiert gut und das zum thema ich gucke ja macht doch auf hallo gut werdet ihr aufmachen da habe ich hier wenn auch was ist hier nicht gut dann hätten wir auch noch hier bleiben können so ist hier noch manzten nein hier ist nix mehr das reich das deutsche reich ach man man der jung war echt schon arm ja diese a-däufte mann 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 ich bin froh dass der endlich welches so da kommen wir nicht durch also hier hat sich echt jemand mühe gemacht hier das zu machen ich wollte eigentlich egal und das ist auch schon verwüstet hier so zum dach müssen wir höchstwahrscheinlich mit den treppen hin und ja ich sehe das auch so irgendwie bin ich gerade verwirrt aber das kriegt er hier gerade mit das ist dann schön das ist dann hey cool endlich mal wieder buch der macht gefunden geil wucht hier auch mal zeit tun sie f zum wechseln wieso wechseln ok ja hier willkommen geschenkt aber ich habe mich alle erwischt oder sprich dein letztes nein alle wieder hier na das trinkt sie fokult das muss man gut nö ich hab zwei spiele gespeichert das klingt doch schon mal angenehm so da ist nicht durch da ja auch nicht leerer macht behälter ok nein nicht leer aber wir haben voll hä was wooo 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 Wuuu wooo wjo wooo 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 kwal wooo wo dem scheißegal hier hallo dem geht es wohl zu gut was er muss sich das stich kopieren wird so also erst mal hier die macht wieder auffüllen tra la 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 gut haben wir erst mal hier sick leute hier an ja so so hart und jetzt okay für sorgen können es hier durch gold angesammelt ja müssen wir wohl jetzt hier durch ne sieht so aus als hätten wir den spion endlich in der falle ich wette dafür werden wir alle befördert wir sollten noch nicht anfangen die auszeichnungen zu zählen dieser amerikaner findet immer einen fluchtweg wenn wir glauben die oberhand haben keine bahn ja ok wenn ihr meint so würde sagen ich habe doch eine flucht weg gefunden ich würde es aber doch ganz gerne mal ach guck mal da da kann doch vielleicht ist hin der trotzdem ist gerne mal speicher punkt zu zack dange und nun es ist hier durch schon als gemacht das ist ja so spiel wird gespeichert gut an dieser stelle mal pause wir sehen es im nächsten paar bis dann tschüss